Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Grellic Phone, zusammen mit Manu, I, mit Neil, Moinsen, und mit Daydreamer, Salam Aleikum. Genau, Salam Aleikum Salam, sagen wir das glaube ich, ich weiß nicht. Aleikum Salam. Okay, Manu Bingo, starte das Spiel. Ich denke, ihr alle kennt das Spiel und sonst werdet ihr es gleich kennenlernen. Richtig, also ich bin Kunstbegabt Null. Ja, ich kann, oh Gott, jetzt müssen wir hier einen Satz überlegen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt passiert ist, aber egal. Ja, ich konnte den Satz nicht zu Ende schreiben. Was zu Teufel. Hä? Achso. Hä? Wie zeichne ich den Scheiß denn? So Leute, ihr seht das ja alles bei mir, aber ich kommentier das nicht, weil sonst bekommt ihr die anderen Mittel, das wäre nicht so cool. Zeichen. Ich bin ewig nicht mehr gezeichnet. Ja, wirklich. Ich weiß nur, wie die Scheiße aussieht. Aber ich, keine Ahnung, ich kann nicht zeichnen. Oh mein Gott. Wer sich das ausgedacht hat, ist es echt schwierig, das zu zeichnen, damit es eventuell nicht... Also mein, ich muss dazu sagen, mein Satz ist nicht komplett... Wegkommt. Dann wissen wir, dass, äh, Mein King hat, äh, das von Daydreamer. Alter, ist das creepy, was ich hier zeichne. Oh, bitteschön. Ich habe Angst, Geilträume heute Nacht. Alter, sieht mein Scheiße aus. Warum machen wir das Ganze doch nicht? Nein, ich habe da fünf... Was ist das? Ach du meine Güte. Was ist das denn? Wenn wir uns zeichnen, also uns gegenseitig, dann wissen wir eigentlich gar nicht, wer damit gemeint ist, weil wir wissen ja nicht, wie wir aussehen. Also, ich würde sagen, Daydreamer ist immer ein Vampir. Mir ist immer ein Schwein, weil du warst ein Schwein im Prison. Ich bin kein Vampir. Und was ist Manu? Du warst auch ein Schwein. Aber mir war ein trauriges Schwein und, äh, Manu war ein angry Schwein. Und was bin ich? Warum sind wir jetzt einfach immer Schweine? Keine Ahnung, wir haben das so beschlossen. Was soll das für ein Scheiß sein? Ich habe keine Ahnung, wie ich dir schenke. Alter, wie deutlich besser ein Figuren zeichne. Ich habe keinen Plan, warum, aber... Hast du ein Vorlesender angemacht? Dass die Texte vorgelesen werden? Ja, aber die Leute können ja lesen. Das mache ich doch bestimmt. Ich hoffe, man erkennt es halbwegs. Was, Alter? So, jetzt hier Album. Mein Gott, das ist so lustig. Jetzt, also meinst du echt nicht wie die Nachbarn. Das zeigen wir doch. Der Nachbar macht in den Garten. Oh, doch, ich habe auch alles nachher, dass es noch hier kommt. Oh, das wird nicht so. Ja. 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 Und was antwortete ich? Das ist so lustig. Ja. Aber es ist zur Hälfte rausgekommen. Ja, das stimmt. Das ist relativ viel rausgekommen. Ach so, meine Güte. Was haben Sie gesagt? Okay, dann ist hier jetzt ein Ding. Ja, und da kommt dann meine Interpretation zu. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann ein Weinberg rausgekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Doch, das war der Mund. Das ist grün. 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 Was sieht aus? Oh mein Gott. What the fuck? Oh ja. Das sieht über halb aus wie ein. Ich habe es aber gecheckt. Ja, ganz schön. Ey, das ist grün. Ich scheiße aus, ey. Ich bin Zähne vergessen, oh mein Gott. Danke. Oh Gott. What the fuck? Ich bin auch geil, wie es ja auch seine Stirn seinen Namen tituliert hat, weil er kann ja auch, äh, ne? Ich kippe oder in Valhalla. Ja, sehr schön. Ich bin mit Odin. Das habe ich absolut nicht verstanden. Machen wollen. Das ist super. Ja, und dann kommt da meine Inspiration. Ach so, wieso? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist doch scheiße. Können wir bitte über diesen Dat drehen, wie viele Google-Übersetzer haben da drüber gebügelt? Oh mein Gott, aber wirklich. Ja, und da ist es. Keine Ahnung, ich hatte LRS, muss ich mich fragen. Ja, will ich auch gerade sagen. LRS. Das tut mir für jeden Rechtschreibfehler. Ja, fein. Zeig mir, Valhalla. Die wissen, was zu tun ist, ne, Red? Das, das, das wird das, das wird das Ding, das ist ja tausend. Ich glaube, das, das muss man noch verschieben. Das Wachstum ist geil. Also wer diesen Satz geschrieben hat, hat's gut gemacht. Und Körperberechnung. Was ist das? Bitte voll Heidegger. Das sehe ich gerade auch. Alter, oh mein Gott. Ich versteh meine Welt nicht mehr. Und wenn du das lesen, was du dir das lesen musst, absolut sorry for this. Ah. Wieso steht da noch bewaffnet, alter? Hä? Weil das noch unterstrichen ist halt auch. Aber ich schließ mich dem von mir an. Ich wusste, dass das von Manu ist. Ja, ich wusste, dass es von ihm kommt. So, und was kommt da noch hin? Da? Und was kommt von mir? Genau. Aber das sieht man noch, Alter. Soll ich da gewesen. Oh, aber das ist voll nah. Ja? Seht ihr das? Ne? Leute, so will ihr das. Guck mir leid dafür. Ich fand das kreativ. Du kommst wieder, Alter. Das ist so das Düse. So. Ich bin der Ali, Alter. Wieso? Hä, das sieht man noch. Meine Depretation davon. Wieso? Wirst du schon bewaffnet? Hey, 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 Alter. Der lacht. Was ist das denn so? Ich dachte, du bist immer noch hier. Nee. Dankeschön. Dankeschön. Wieso bewaffnet, Alter? Hier, ich schnippe einmal die Finger und sei tot, Leute. Ach, nein, nein. Wachst du nur? Jetzt seh ich das. Und mach den Scheißhut weg, verdammt. Was? Was? Ich schreibe das den Scheiß. Ja, ich wollte das hinschreiben, damit er das sieht. Nein, das ist die Flaggartiger. Dann hab ich mir gedacht, scheiße, ich hab keine Zeit mehr. Ja, da. Achso, ich dachte, das sollte Frau heißen. Das sollte Frau nicht kort, Alter. Hä? Ja. Was zum Teufel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das legendär. Leute, bis dahin. Ciao. Danke fürs Zusehen. Schaut bei den anderen Typen hier noch vorbei. Genau. Äh, nein, macht nicht. Ey, wieso? Ich seh nicht so gut wie ich. Und dann, Daumen nach oben hinterlassen. Liken. Wenn ihr sehen wollt, wie ich hier Ingwer Schotten mit Waldmeistersaft und Ananas saft trinken will. Tudelü. Ist das jetzt die Amo? Fertig. Frage, wann ist das jetzt Stay-Dumors-Folge geworden? Meine. Ich bin Maximal. Ist das lieber mit der Tschüss? Ich auch. Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut besser, ich. Gut besser, ich. Es geht gut besser, ich.